so hier schräg rüber also ich gehe hier lang ja dann komme ich ja mein der wo wir sehen hat da hinten stimmt ja ist auf jeden fall viel näher dran das ist auch die gegner viel näher einunddreißig schuss und 24 68 alter also die haben dich ganz schön gebissen naja das war eine gute idee hier lang nein schnelles ende da ist es ja schon ich verbinde mich mal ja das gut ich habe immer gedacht ich hätte ein magazin was in die bornheim reinkommt ach so weil der wenn ich jetzt auf munition ihre dann packt er mal oben die munition rein und nicht unten ins magazin ja weil du nicht leer geballert hast du musst erst leer ballern dann nimmt er einen neuen streifen ok super muss ich das mal machen nicht leer ballast dann verlierst du sogar munition weil der immer eine wegschmeißt das ist der nachteil von den dinger oh nein heute ist was los ja ich sag's ja ja alle langweilige ganz zombies also es lohnt nicht immer nachzuladen bei der waffe erstmal leer ballern ok leer ballern und dann nachladen dann nimmt er das magazin du bist nur wenn du nur eine kugel drin hast und dann kommt ein gegner das stimmt ja also bei meinem glück oh die ballern schon siehst du ich habe vergessen lauter zu stehen oh was ist denn das hier für oh hast du geschossen ne ok es wird auf uns geschossen zurück oh schnell weg hast du sie ne ich da hinten ist ein zombie ah da ist er und die hunde fressen ihn gerade Vorsicht rechts ist auch einer oh weiher oh das ist mir aber besorgt ja magazin hast recht so noch ein und noch ich habe natürlich total verrissen ah ist hinter uns einer reingekommen ne ich bin erschossen worden links oh man alter übel ja die waren doch dann ich bin